Haben wir wirklich nur das Auge treffen da und das andere Luftschaden? Wahrscheinlich nicht. Soll ich aufhören meine Munition haben? Super. Ah, super. Achtung! Ich glaube wir würden wirklich nur auf das Auge schießen. Ja. Ich dachte die Säure-Plattform besser gewesen wäre. Ja. Oh. Sorry. In der Zeit. Jetzt muss ich das wieder vorne sein. Na komm. So da hinten. Also vorne, das finde ich besser. Der Ten läuft nämlich meistens auf mich zu. Nehmt dich doch nicht. Bleib doch einfach mal stehen und lass dich treffen. Ist das kein Deal? Ich glaube das macht er nach jedem Treffer, ne? Äh, er macht's auf jeden Fall häufiger, ja. Richtig, ähm, fressende Scheiße. Ach. Ich kann nicht mehr gehen, nicht zu dir! Äh, ja. Er redet auf jeden Fall schon mal wieder mit uns. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben glaube ich die nächste Phase erreicht. Ach. Hab ihn. Und um uns fällt auch die Kulisse zusammen. Ach. Ich glaube das hätten wir eben schon mal machen können, da hätte er nicht mehr Schaden bekommen. Pff. Kannen wir jetzt da unten weg? Nee. Nee. Du kannst dir da hinten irgendwas holen. Aua! Boah! Nee, kann ich nicht. Ich halte ihn derweil meine Oma an Schaden aus. Ich kann nicht weg. Nee, wir müssen den schon hier machen. Ja. Was ist denn? Oh, dreh dich auf den Zweck und seine Hübschüsse. Oder das auch. Hol eher das auch. Was, ich... Vielleicht hätte ich doch selber Patronen kaufen sollen. Das hat kaum gespielt. Jo. Boah. Bäm. Frag doch deinen Sniper aus der Nachbarschaft. Sehr schön. Oh, es kommt übrigens selbst im Abspann noch ein Quick-Time-Event. Also aufpassen. Ja, geh baden. Aua. Aua. Es soll warm sein, ne? Hey, aber sein komisches Hautproblem da hat sich damit erledigt. Ja. Hm. Siehst du, deswegen dürftest du keine Chancen. Ich glaube, ich weiß nicht. Okay. Okay. Chris! Scheiße, echt. Ich glaube, das ist ein Victim-Event für mich. Ne, für uns beide. Also ich drück schon mal, ne? Ich hab nämlich keinen Bock, den nochmal zu machen. Ja, wunderbar. Oh, damit sind wir fertig. Wumm. Wir haben gerade den Vulkan getötet. Ja, das war nur den Vulkan, da war sonst nichts anderes. Genau. Ja, das war sehr schön. Also, pfuch. Ah. Schön war's, weiter geht's. Irgendwie hören so alle Resident Evil-Spieler auf, oder? Im Helikopter, dem Horizont entgegen. Pfff. Es ist vorbei. Ja. Endlich. Nicht wirklich. Mehr und mehr finde ich mich überraschend, ob es alles wert ist, für ein Zukunft ohne Angst. Ja, es ist wert. Ja, und der nächste Resident Evil ist ja praktisch schon irgendwie in der Mache, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na gut, der nächste ist ja Operation Raccoon City. Ja, ich meine, einen richtigen Resident Evil, das ist ja kein richtiges Resident Evil. Das hier ist ja im Grunde auch kein richtiges Resident Evil, es ist einfach nur ein Actionspiel mit dem Namen Resident Evil. Genau. Aber ein sehr gutes Actionspiel. Auf jeden Fall. Mir hat's auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja. Auch mit dir, Stefan. Ja, gleichfalls. Kann ich nur zurückgeben, Daniel. Ja, vielen Dank, dass du dich mir angeschlossen hast, dass du dir extra das Spiel dafür noch gekauft hast. Nee, ich hab's ja nicht extra nur deswegen gekauft. Doch, ich hab's extra nur deswegen gekauft. Nichts anderes wollte ich mehr. Gut. Ja, haufenweise japanische Namen. Ja. Die alle wahrscheinlich total stolz drauf sind, dass wir dieses Spiel jetzt geschafft haben. Genau. Genau. Ah, yeah. Hier, Taka, Yuki, wer auch immer. Hm. Schön, ja. Ja. Sonnenuntergang im Hintergrund. Wir lassen das einfach noch ein bisschen laufen, du willst schon wieder überspringen. Warum willst du überspringen? Ach, ja, richtig. Wir wollen ja zeigen, was da eventuell noch, äh, ja, erstmal was wir noch für einen Rang haben. B. Okay. Äh, den werd ich editieren, bevor der hochgeladen wird, ist klar, ne? Nein, ähm, sie können jetzt im Modus Söldner spielen, das ist auch sehr schön. Sie können jetzt Sheva in der Kapitelauswahl bei einem neuen Spiel auswählen. Ja, wer will das schon? Ich will Jill auswählen. So. Genau. Aber wir haben ja noch ein paar super tolle Sachen jetzt freigeschaltet bekommen. Zum Beispiel neue Kostüme, glaube ich. Wo sehen wir das? Ähm, Moment, ich bin gerade selbst am Schauen. Unter Spiel starten auf jeden Fall mal. Die ist eine besondere Einstellung. Dann haben wir da Outfit-Auswahl und haben kein neues Kostüm. Äh, gut. Neues Spiel plus, Kapitelauswahl. Äh, objektverwaltung. Nein, irgendwo konnte man jetzt was total super tolles machen. Boah, ich hab echt so viele Granaten gerade verschossen. Krass. Extras, ähm. Ah, du musst unter Extras gehen. Da kannst du dir Outfit für Chris, Safari und Outfit Sheva, Disco für 0 Punkte kaufen. Was, was? Wo, wo, wo? Extras? Ja. Und noch ein Outfit, Apokalypse und Büro. Ja, weil wir es auf Normal durchgespielt haben. Und noch ein paar Filter, hier Monochrom und Retro und, ja. Die Punkte sind halt hier, das ist total wichtig. Chris, BS, AA kann ich kaufen. Ja. Für Josh. Josh kann Josh kaufen für 500 Punkte. Ne, wer will denn schon Josh für 500 Punkte haben? Chill kann ich kaufen für 500 Punkte. Also, da sag ich nicht nein. Wo ist sie? Gehirnwäsche, chill. Ne, ich möchte die andere chill. Wesker. Xella, Irving, Spencer. Dave, Kirk. Hallo. Ja, mein Verwand. Ja, das sind diese ganzen anderen Dinge. Was wir auf jeden Fall auch tun können, wenn du mal ganz nach unten scrollst. Wenn du Waffen auf 100% aufgewertet hast, kannst du dir unendlich Munition dafür kaufen. So wie ich das jetzt hier zum Beispiel für die MP5 machen kann. Tragun auf. Ja. Gut für den Sniper. Ja. Und, ja, je nachdem, es schalten sich auch immer neue Waffen frei, je nachdem, welche Waffen wir schon auf den höchsten Stand geupgradet haben. Also zum Beispiel für den Bogen musst du, glaube ich, drei oder vier verschiedene Sniper, Sniperwaffen, hier, Sach-MG-Waffen, auf Maximum. Okay. Das kann ich aber genau mal im Internet nachgucken. Das können wir dann mal offscreen irgendwann machen. Okay. Neues Spiel plus. Nein, jetzt nicht. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ich würde sagen, die Aufnahme können wir auf jeden Fall schon mal hier beenden. Mhm. Vielen Dank, dass ihr euch bisher durchgequillt habt durch unsere kompletten Tode und dummes Gelaber, was wir abgehalten haben. Äh, ja, es wird, denke ich mal, spätestens mit Diablo 3 ein weiteres Let's Play Together mit uns 2 geben, oder? Sehe ich das falsch? Joa, denke ich auch. Joa. 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 Auch, äh, unter meinen Freunden zu finden. Und ansonsten, schönen Tag noch. Ja, macht's gut. Und ansonsten, schönen Tag noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020